Nivus, Ihr Spezialist für Messtechnik. Das Unternehmen setzt seit über 40 Jahren richtungsweisende Akzente in der Durchflussmesstechnik. Im folgenden Film zeigen wir Ihnen die Entwicklung der Durchflussmesstechnik, von der Dopplermesstechnik zum Kreuzkorrelationsverfahren. Das Prinzip der Durchflussmessung. Der Durchfluss kann nicht direkt gemessen werden. Zur Erfassung des Durchflusses Q sind mehrere Faktoren nötig. Benötigt werden die mittlere Fließgeschwindigkeit und der Fließquerschnitt. Hieraus ergibt sich die allgemeingültige Formel Q ist gleich V Mittel mal A. Wie werden diese Faktoren gemessen? Der Fließquerschnitt A wird ermittelt über die kontinuierliche Messung des Füllstandes unter Berücksichtigung der Gerinne-Geometrie. Ändert sich der Füllstand, ändert sich der Fließquerschnitt und damit normalerweise auch der Durchfluss. Die Fließgeschwindigkeit wird über die Geschwindigkeit der Partikel erfasst. In den meisten Medien, im Besonderen beim Abwasser, werden Schmutzpartikel oder Gasblasen mitgeführt. Diese bewegen sich mit der gleichen Geschwindigkeit wie das Medium selbst. Die Geschwindigkeit der Partikel wird mittels Ultraschall gemessen. Ändert sich die Geschwindigkeit, ändert sich in der Regel auch der Durchfluss. Die Schwierigkeit bei der Erfassung der mittleren Fließgeschwindigkeit ist, dass in verschiedenen Höhen unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten herrschen. Üblicherweise fließt das Medium und damit die Partikel in den unteren Schichten langsamer als in den oberen Schichten. Hieraus entsteht ein sogenanntes Fließprofil. In diesem Profil ist die Fließgeschwindigkeit in Bezug zur Höhe dargestellt. Verschiedene Faktoren nehmen Einfluss auf dieses Fließprofil und stören den normalen Abfluss bzw. können zu Rückstau führen. Solche Störfaktoren sind zum Beispiel die Rauheit des Rohres und wechselnde Ablagerungen, Feststoffkonzentrationen oder baulich bedingte Einflüsse wie zum Beispiel Bögen und Drosseleinrichtungen. Durchflussmessung mit der Dopplermesstechnik Bei der Dopplermesstechnik werden vom Sensor Ultraschallsignale kontinuierlich mit gleichbleibender Frequenz ausgesandt. Die Partikel im Medium reflektieren dieses Signal. Durch die Bewegung der Partikel ändert sich die Frequenz des reflektierten Signals. Die Änderung dieser Frequenz wird durch den Sensor erfasst. Je schneller die Geschwindigkeit der Partikel, desto größer die Frequenzänderung. Die Dopplermesstechnik ist eine punktuelle Geschwindigkeitsmessung. Der Sensor kann nicht erkennen, in welcher Höhe diese Geschwindigkeit erfasst wurde. Das Fließprofil kann deshalb nicht dargestellt werden. Um diesen Mangel auszugleichen, wird die mittlere Fließgeschwindigkeit mit Hilfe eines Kalibrierfaktors berechnet. Dieser Faktor muss zuvor aufwendig ermittelt werden. Zum Beispiel durch eine Netzmessung. Der Kalibrierfaktor gilt nur für einen stationären Zustand. Ändern sich nun die Fließbedingungen? Zum Beispiel aufgrund eines Regenereignisses ändert sich auch das Fließprofil. Der ursprünglich ermittelte Kalibrierfaktor hat somit keine Gültigkeit mehr. Das Messergebnis ist verfälscht. Die Fließbedingungen ändern sich auch bei Rückstau, verursacht durch zum Beispiel Ablagerungen, Bögen oder Drosseleinrichtungen. Auch hier hat der ursprünglich ermittelte Kalibrierfaktor keine Gültigkeit mehr. Das Messergebnis ist verfälscht. Die Anhäufung von Partikeln erzeugt ein stärkeres Messsignal und wird deshalb vom Sensor als Messpunkt festgelegt. Eine örtliche Änderung der Partikel erzeugt somit ein von der Kalibrierung abweichendes, verfälschtes Messergebnis. Die Mängel der Dopplermesstechnik noch einmal zusammengefasst. Verfälschtes Messergebnis bei sich ändernden Fließprofilen. Verfälschtes Messergebnis bei Partikelanhäufungen. Eine ständige Kalibrierung ist erforderlich. Nivus bietet die bessere Lösung. Durchflussmessung mittels Kreuzkorrelation. Hochgenau, sicher und stabil. Das Nivus-Kreuzkorrelationsverfahren ist keine punktuelle Geschwindigkeitsmessung. Hier werden alle Partikel zeitgleich über den gesamten Messstrahl erfasst. Die Auswertung erfolgt durch den Vergleich, Korrelation der Partikelbilder. Dieser Vorgang wiederholt sich im Millisekundenbereich. Zusätzlich zu den Einzelgeschwindigkeiten der Partikel ist auch der Bezug zur Höhe gegeben. Das Fließprofil kann deshalb direkt dargestellt werden. Die einzelnen Fließgeschwindigkeiten in Bezug zur Fließhöhe über den gesamten Messstrahl gewährleisten eine hochgenaue Durchflussmessung. Ändert sich das Fließprofil zum Beispiel durch ein Regenereignis, so wird dies vom Sensor erfasst. Die Messung bleibt hochgenau. Auch bei Rückstau, verursacht durch zum Beispiel Ablagerungen, Bögen oder Drosseleinrichtungen, bleibt die Messung hochgenau. Auch eine Anhäufung der im Medium mitgeführten Partikel beeinflusst die Messung nicht. Die Messung bleibt hochgenau. Das Kreuzkorrelationsverfahren von Nivus. Die Vorteile im Überblick. Höchste Genauigkeit. Stabile Messwerte. Keine Kalibrierung erforderlich. Unser Messsystem ist universell einsetzbar in allen Fließquerschnitten. Bei großen Profilen. Bei Voll- und Teilfüllung. Portable und stationäre Messsysteme. Nivus bietet Ihnen für jede Applikation die perfekte Lösung. Unsere innovativen Geräte stehen für höchste Genauigkeit und Messsicherheit. Nivus. Durchflussmessung mit Kreuzkorrelation. Hochgenau. Sicher. Stabil. 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 Stabil.